So dann schauen wir mal. Erstmal Hate. Wir haben einen Paladin, der nicht zurückgeschubst werden kann. Wir haben einen Miner, der ganz gut zum Goldfarmen ist. Der Angst, wo Hündchen hat. Und einen Magier. Was nehmen wir mal? Mehr Gold oder länger spielen können? Mehr Gold oder länger spielen können? Ich glaube, ich nehme mal einen Paladin. Aber ich würde gerne vom Content her ein bisschen weiterkommen. So, 5821. Da hätten wir jetzt gerne diese Blutruhnen. Und zwar alle, die wir kriegen können. Da hast du schon eine Blutruhne. Hier fehlt die Blutruhne. 1050 nehmen wir. Beim Cape haben wir Schaden zurück, schneller laufen und dreifach Sprung. Ne, das ist Flug. Wie jetzt? Flug? Das muss ich testen. Wir können fliegen. Wir haben aber keinen Doppelsprung mehr. Aber fliegen ist geringfügig übertriebener als Doppelsprung. Okay. Was können wir denn statt Doppelsprung nehmen? Das ist die Sprintruhne. Also die Doppelsprungruhne haben wir hier gar nicht. Wo haben wir die denn? Hä? Hier haben wir Blut. Hier haben wir Blut. Hier haben wir Blut und Mana. Hier haben wir Sprinten. Wir hatten vorher gar keinen Doppelsprung. Äh. Ich bin verwirrt. Nur mal. Also Sprinten. Ja, das ist toll. Also manchmal. Hier hatten wir mal den Dreifachsprung. Haben wir mal gegen das getauscht. Hier hatten wir nie Sprinten. Hier hatten wir Doppelsprung. Achso, das haben wir gerade getauscht. Ah, okay. Dann passt das ja super. Also wir haben die Doppelsprung hier rausgenommen und haben stattdessen hier Fliegen genommen. Wenn wir jetzt hier Doppelsprung nehmen, dann haben wir Springen, Doppelsprung, Fliegen. Äh. Ja, nö. Fliegen reicht mir. Fliegen hier ist okay. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass wir jetzt keinen Doppelsprung haben. Sondern wirklich. Ich kann auch nach unten fliegen, ist das Problem. Oh, das braucht eine Weile. Das braucht eine Weile. Was hätten wir sonst an Alternativen? Schneller laufen und Schaden zurück, ne? Nö, 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 nö. So, was haben wir hier? Wir haben das Silberschwert. Wir haben das Silberhelm-Dingens. Wir haben neue Brustplatte. Für 13 mehr Rüstungsschutz und 10 mehr Gewicht. Dazu müssten wir Gewicht einmal aufstufen. Und wir haben hier die Ranger-Limbs für mehr magischen Schaden. Okay. Also, einmal Gewicht aufstufen. Dann Brust aufstufen. Wir haben noch 800 übrig. Und die sieht echt doof aus. Wie toll bist du? 1075. Haben wir irgendwas für 800? Ich glaube nicht. Doch, haben wir. Und zwar Mana. Oder Crit. Crit Chance erhöhen. So, 31 Volt Münzen. Davon werden wir gleich eine oder so behalten könnten. Und kein Doppelsprung ist echt irritierend. Ich muss immer nach oben drücken. Aber okay. Aber das muss richtig hilfreich sein bei manchen von diesen Rätseln und Herausforderungen. Mal gucken wir mal. Ding, ding, ding. Dash. So, oh. Ah, ich sag ja, das ist sehr komisch. So, wir wollen sofort in den Wald. Wir wollen hier eigentlich möglichst wenig Gegner umbringen. Nur die, die im Weg stehen. Damit wir später hier welche fahren können. Dann wollen wir den Wald einmal leerräumen. Und eventuell den Boss versuchen. Bist du ein Gegner? Ja, bist du. Und kaputt. Nein. Und kaputt. So, was gibt's denn Schönes? Gold. Und schon haben wir die erste 1000 voll. Sehr schön. Ein paar Lebenspunkte zurückholen. Rest wird ignoriert. Okay. Du kannst auch sterben. Oh. Ja. Das war gerade der erste Schaden, den wir bekommen haben. Weil ich mich noch nicht ans Fliegen gewöhnt habe. Ich gehe davon aus, wenn ich nochmal A drücke, springe ich hoch. Aber ich muss A drücken und... Und... Oh. Und nach oben. So. Wir wollten aber eigentlich weiter nach rechts. Also müssen wir jetzt nach oben. Und wir haben volle Lebenspunkte. Also kannst du am Leben bleiben. Ja. Hoch. Alle Gegner besiegen. Wow, 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 wow. Das sind ganz schön viele. Also, Kanonendinger. Das wäre ein richtig schöner Platz, um Lebenspunkte zu farmen. Aber na gut, wir wollen die Kiste haben. Das wäre ein perfekter Ort gewesen. Na gut, niemand hat gesagt, dass wir jetzt die Kiste einsammeln hätten müssen. Aber... Äh... Ja. Goldgear... 8 und so. Oh, da gibt noch was. So, jetzt aber. Schneller laufen für den Helm. Noch eine Route, die ich wahrscheinlich niemals benutzen werde. Und hier geht's doch bestimmt eher ins Maja-Gebiet als in den Wald, oder? Na ja, mal gucken. Oh, Double Kill. Wie. Also ja, schön ist das Fliegen schon, aber... Vor allem wenn wir später mehrere Runen haben, können wir richtig lange fliegen. Oh, One hätte ich dich nicht. Obertyp. Die Kiste. Schwoosh. 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 Hehehe. Superman. Ja, wir haben sogar ein rotes Cave. Da fehlt nur noch eine blaue Brustplatte. Das hätte doch was. So, noch mehr Gold. Wir sind fast bei 2000. Obwohl wir gar nicht aktiv das erste Level. Das hätte ich nicht machen sollen. Das war ein Fehler. So, Maya. Guck mal, wie stark du bist. Äh. Ja. Das ist eine komische Truhe. Oh, ich lasse sie auch mal stehen. So, Gegner mit zwei Schlägen tot. Ohne, drei Schlägen tot. Oh. Komm her. Eins, zwei. Oh, er könnte nach dem Wald kommen. Wollen wir mal testen? Ja, komm, warum nicht? Und wir sind im Wald. Und direkt vor einem Secret deponiert. Da sage ich nicht, nein. Gold, 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 gold. Äh, hoch. Hoch, hoch. So. Mal gucken, wo wir hier wieder rauskommen. Aber es dürfte ja nicht allzu schwer sein. Lebenspunkte haben wir jetzt schon wieder voll. Zing. Zing. Oh. So. Oh, warte mal. Ah, fast. Nö. Da will ich nicht lang. Warum zur Hölle sollte ich hier reingehen? Ist da irgendwo irgendwas? Es ist keine Kiste eingezeichnet. Also, nö. Jagen wir mal weiter den Weihnachtsmann. Hier lang. Alle Gegner besiegen. Das wird schwer. Um zu sagen, unnötig. Oh, hier wäre der Boss. So, wir haben volle Lebenspunkte. Wir haben volle Mana. Und wir haben dreimal Blutabsaugung. Ich glaube, eine bessere Chance als jetzt gibt es nicht. Außerdem sollten wir es echt mal probieren. Weil, wenn wir durchgehend nur grinden, dann werden wir irgendwann den Boss one-hitten können. Das ist ein bisschen albern. Also, reiner. Hallo, Boss. Oh. Oh, sehr schön. So, komm her, ihr kleinen Viecher. Er ist gleich tot. Wie geil. Oh. Sehr schön. Das ging ja wesentlich einfacher als gedacht. 6.450 Gold. Warum hängst du in der Luft? Oh, eine Kiste. Stimmt. Da, 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 da. Gewicht erhöht plus 5. Magie erhöht um 5. Lebenspunkte erhöht um 5. Dö, 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 dö. Sehr schön. Zweiter Boss. Tot. Und das war echt ganz schön einfach. Und ich wollte noch länger warten. Schande auf mein Hauptübersehen nicht. Oh. Aber ja. Das tat schon mal gut. Oh. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich schon zum Maya-Gebiet. Und da mal gucken, wie der Boss aussieht. Genug Gold haben wir ja inzwischen gefarmt. Oh, du füllst mich auf? Jo. Äh. Tod. Donk. Tod. Tod. Noch mehr Gold. 6.800. Oh, sehr schön. Ja, doch. Wir kommen gut voran. Woah, 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 woah. Kann man nicht anders sagen. man kann beim fliegen schlagen also irre praktisch und weiter ich teleportiere mich jetzt mal wohin naja wir haben wieder fast vor lebenspunkte das okay durch die kiste ist also da ist ein loch für den zwerg gehen gehen wir mal oben lang so war das hier gut hallo ritter tschüss ritter hallo du was so du stürmst an und schießt einen komischen du warst also ja es ist kein du was mehr als ein anderer gegner jetzt aber passt schon lebenspunkte sehen nicht mehr so toll aus aber es reicht so was war hier links ach so der random teleporter obwohl ich glatt versucht wieder nochmal rein zu gehen einfach um zu wissen du bist eine richtige kiste aber ja ich bin fast versucht dann nochmal rein zu gehen einfach um zu gucken ob es wirklich random ist oder ob die uns random zu einem festen punkt bringen falls ihr wisst was ich meine ich gucke einfach mal ja es ist also wirklich total random jedes mal wenn man reinspringt kommt man woanders raus was ja auch ganz lustig sein kann außerdem sind wir quasi genau da gelandet wo wir sein mussten nämlich im ersten gebiet und da ordentlich viele lebenspunkte aufzutanken also danke random to the border und dann mit mehr lebenspunkten auskommen als wir reinkommen das ist das wichtigste also darfst du das ganze gold das verein sammeln hallo jungs ihr seid nicht so toll und was soll er bist du magischer schaden erhöht kein springen spring ja ja Untertitelung des ZDF, 2020